Berlin, dpa, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD, setzt bei der am Montag beginnenden Weltklimakonferenz auch Auflösungen unterhalb der nationalen Ebene. Anführungszeichen Wir werden in Bonn nicht nur verhandeln, sondern auch viele konkrete Klimaschutzlösungen erleben, nicht zuletzt von Städten und Regionen. Anführungszeichen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Anführungszeichen Das Engagement vieler Städte und Regionen gerade in den USA zeigt, dass die Dynamik beim Klimaschutz nicht aufzuhalten ist, auch nicht von der Trump-Regierung Anführungszeichen, die den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt hatte. Eine dieser Kooperationen ist dem Bericht zufolge das von Baden-Württemberg und Kalifornien initiierte Klimaschutzbündnis Anführungszeichen UNDER2MOU Anführungszeichen. 180 Regionen haben sich darin zur Reduzierung von Klimagasen verpflichtet. Zusammengerechnet kommen sie demnach auf 1,2 Milliarden Menschen und rund 40 Prozent der Weltwirtschaft. entspricht Ho Maker H H H H Untertitelung des ZDF, 2020